unglaublich sechsfach energiegeld kassieren ist das möglich mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de die ampelkoalition hat den hat das energiegeld gesetz für rentner und versorgungsempfänger durch den bundestag gebracht es ist klar am 20 10 mit dem bundestagsbeschluss dass das energiegeld für rentner zum erfahrer 1.12.2022 kommen wird aber das chaos um die 300 euro energiepreispauschale für rentner fängt jetzt erstmal so richtig an wildeste spekulationen im internet schießen ins kraut so soll es möglich sein dass ein student bis zu sechs mal energiegeld oder heizkostenzuschuss anrechnungsfrei erhalten kann und wir haben uns dieses beispiel was der vdk dort aufgestellt hat mal angeschaut und wir können tatsächlich bestätigen dass diese möglichkeit so besteht also wie geht das relativ einfach unser student wird 200 euro energiepreispauschale für studenten erhalten die gesetzliche reglung ist noch nicht auf den weg gebracht aber sie ist angekündigt dann 300 euro energiepreispauschale für seinen minijob den er am 1.9 22 ausgeübt hat und das geld hat er von seinem arbeitgeber schon erhalten dann heizkostenzuschuss eins und zwei als bafög empfänger in höhe von 575 euro auch nicht schlecht 100 euro zuschlag auf das kindergeld und last but not least 300 euro energiepreispauschale als halbweisenrentner weil unser student auch noch am 1.12 22 eine halbweisenrente bezieht das macht zusammen insgesamt 1475 euro an energiepreispauschalen und heizkostenzuschüsse die nicht miteinander aktuell nach aktueller rechtslage verrechenbar oder anrechenbar sind ganz legal ist die energiepreispauschale eine einladung zur abzocke ich sage nein der gesetzgeber hat unterschiedliche gesetzliche regelungen für unterschiedliche energiepreispauschalen und heizkostenzuschüsse geschaffen die untereinander nicht anrechenbar oder kürzbar sind so ist es rechtlich mit stand 22 oktober 22 überhaupt kein problem dass unser student zum beispiel 300 euro energiegeld als rentner erhält halbweisen rentner und auch gleichzeitig anrechnungsfrei noch mal weitere 300 euro energiepreispauschale aus seiner nebentätigkeit minijob die er ja schon zum 1.9 22 hier als beispiel bekommen hat dass unser student 1475 euro kassieren kann scheint ihnen vielleicht als unglaublich vorzukommen aber in der praxis werden diese fälle als einzelfälle auf jeden fall vorkommen glück für unseren studenten näher zu diesem thema finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel